Nein, das hier ist keine Tanzfläche in der Disco. Das hier ist der Kurs für Fortgeschrittene in der Tanzschule. Die Grundlagen von Rumba, Cha-Cha-Cha und Co. haben die Hobbytänzer bereits hinter sich. Und der volle Saal macht es deutlich, die Jugendlichen haben Spaß. Am meisten beim Jive und Discofox. Standardtanz ist bei den Kids von heute total angesagt. Die schwierigsten Kurse sind eigentlich die ersten beiden, weil man da erstmal an die Musik rangeführt wird. Aber sobald man das sozusagen überstanden hat, kommt man ganz gut voran und dann, es wird auch sozusagen immer leichter. Die Figuren werden schwerer, aber die Technik, die man halt so schon drauf hat, es wird eigentlich immer leichter zu lernen. Ich hab's versucht und ich hab meine Leidenschaft dafür entdeckt und ich fand's cool und bin dabei geblieben. Ja, man kann einfach so von der Schule mal runterkommen sozusagen und mal was anderes machen. Und es ist auch nicht so was wie Sport, wo man sich so richtig anstrengen muss, sondern man kann einfach so ein bisschen runterkommen und Spaß haben und neue Leute kennenlernen. Bettina Huber-Beuys leitet die Tanzschule in der fünften Generation. Sieben Tage die Woche widmet sie sich ihren Tanzschülern. Dass sich aktuell so viele Jugendliche anmelden, freut die Tanzlehrerin ganz besonders. Gerade in der heutigen medialen Welt ist es umso wichtiger, dass Jugendliche Atmosphäre, Stimmung aktiv erleben, miteinander in Kontakt treten, kommunizieren, eine Welt zum Anfassen. Und dieses Erlebnis Tanzschule, das versuchen wir ihnen zu bieten und es scheint aufzugehen. Ganz wichtig, der Spaß soll immer im Vordergrund stehen. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem, wenn ein Tanzschritt mal nicht beim ersten, zweiten oder dritten Mal sitzt. Janine und ihr Freund aus Lübeck waren letztes Jahr auf einer Hochzeit und haben festgestellt, dass es mit dem Tanzen noch nicht so gut klappt. Deshalb haben sie sich für den Anfängerkurs angemeldet. Die größte Herausforderung ist erstmal, dass wir uns nicht auf die Füße treten natürlich. Und ansonsten, das mit dem Rhythmus geht eigentlich, aber ja auch das Lockerlassen dabei. Weil man wird natürlich sehr steif und denkt viel nach, um den Kopf auszuschalten. Christian und Esther Leopold sind schon ein paar Tanzschritte weiter. Auch sie haben bei Huber Boys ihre ersten Standardkurse gemacht. Inzwischen tanzen sie in einer Formation und bringen anderen das Tanzen bei. Ich wollte eigentlich nie tanzen, aber es ist so das Klassische nach der Konfirmation. Sagt man alles klar, wenn man später mal auf einer Hochzeit ist und man wird aufgefordert, dann sollte man wenigstens den Grundkurs gemacht haben. Naja, nun bin ich seit 2001 dabei und konnte nicht aufhören. Langsam, schnell, schnell und das ging blitzschnell. Sie haben wahrscheinlich dreimal bis sechs mitgezählt und schon machen sie das Ganze ganz automatisch. Er hat seine Tanzschule vor 55 Jahren gegründet. Herbert Huber selbst tanzt am liebsten lateinamerikanisch, also Samba, Rumba oder Cha-Cha-Chan. Mit seinen heute 80 Jahren hat er das Zepter zwar schon längst an seine Tochter weitergegeben, bei den Kursen ist er aber immer noch mit vollem Elan dabei. Das Grundprinzip ist, dass wir den Menschen tanzen vermitteln wollen, dass sie Spaß haben, dass sie Freude haben. Und wenn sie dann rausgehen und sich bedanken, dass es ein toller Abend war, dass sie was gelernt haben und dann sind wir natürlich auch zufrieden. Das ist unsere Rückmeldung, die uns immer wieder motiviert, in jeder Gruppe eigentlich so entspannt zu sein und das Beste eigentlich daraus zu machen für die Leute. Dazu gehören nicht nur die Standard-, sondern auch Party-Tänze, die bei den Jugendlichen übrigens sehr beliebt sind. Und wenn alle 50 Tänzerinnen und Tänzer die Choreografie drauf haben, macht so ein Party-Tanz Eindruck und vor allem das, was Tanzen bestenfalls immer machen soll. Spaß!